Yo Leute, herzlich willkommen bei diesem neuen Video. Und zwar geht es heute um Süssigkeit, die wir auch bei uns kennen. Und zwar geht es um die Gepäck-Dinger, die mit Schokolade oder Vanille-Schokolade umhüllt sind. Und hier haben wir einfach eine japanische Version mit Cookies. Diese wurden importiert, die kommen aus Japan. Schauen wir mal hinein, oben. Die können wir einfach hinein und hier können wir öffnen. Irgendwo, irgendwo, so. Oder auch nicht. Machen wir es auf eine andere Art. So, da haben wir auch die Verpackung. Unsere sind ja auch schon verpackt. Schauen wir mal hinein. So. So, wieder mal drei aus. So sehen die aus. Man kennt die sicher, das sind so ähm... Man kennt auch die Salzstange. Einfach ohne Salz. Mit Cookies. Geschmack. Probieren wir mal an. Gewöhnungsbedürftig. Mhm. Es schmeckt eben noch Vanille. Mhm. Es schmeckt gut. Zwischendurch. Aber so zum Kaufen. Es schmeckt immer eine gute Sache. Ja, ich hoffe es hat euch gefallen. Like und abonnieren nicht vergessen. Bis dann. Dann haben wir ganzona getroffen. nations des Teilachts. Untertitelung des ZDF, 2020